Hallo liebe Hausbauhelden, wir haben heute nochmal einen Reminder für euch, denn ihr könnt ja immer noch abstimmen für den großen deutschen Fertighauspreis. Am 24.04. um 0 Uhr, da endet der Abstimmungszeitraum. Mehr als 65.000 Menschen haben bereits ihre Stimme abgegeben. Aber wer noch ein bisschen mehr Inspiration braucht, für den kommt hier nochmal der Schnelldurchlauf der Nominierten in den Kategorien Einfamilienhaus, Bungalow und Villa. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das waren für euch nochmal die Nominierten in den Kategorien Bungalow, Villa und Einfamilienhaus. Wer hat euch am besten gefallen? Über den Link in der Description, da kommt ihr zur Abstimmungsseite und denkt bitte dran, dass ihr eure E-Mail-Adresse nochmal bestätigen müsst, damit a eure Stimme gezählt wird und b ihr auch die Chance auf eins von 20 Hausbauhelden-Shirts habt. Und wie immer gilt, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da und abonniert auch den Kanal und aktiviert unbedingt die Glocke, denn dann verpasst ihr keins unserer Videos mehr.